Eine neue Anime-Lizenz wurde nun offiziell von David Yu bestätigt. Außerdem schauen wir uns nochmal Details zum Stark Airdrop auf Vivi an. Ich habe da noch ein paar Details auf jeden Fall zu ergänzen und wir schauen uns die bevorstehenden Ubisoft wie auch Marvel Comic Drops an. Das war noch sehr viel mehr jetzt in diesem Video. Und wie schon gerade eben erwähnt, ich habe noch was zu ergänzen zum Stark Airdrop, der stattfinden wird ja auf Vivi, denn es gibt ja ein ganz wichtiges Detail, was ich auch übersehen habe in dem gesamten Artikel. Und zwar muss man nämlich insgesamt 8 Transaktionen in der Vivi App vor dem 1. Juni 2022 gemacht haben. Das heißt, da müsstet ihr schon einen Account gehabt haben und mindestens 8 Transaktionen vollzogen haben. Ansonsten werdet ihr diesen Airdrop nicht bekommen. Natürlich müsst ihr auch hier voll KYC sein. Ich denke mal, das sind die meisten Leute von euch. Daher solltet ihr dann das auf jeden Fall auch bekommen. Aber für die Leute, die ja leider später eingestiegen sind, diese werden hier nicht von dem Airdrop profitieren können. Insgesamt werden es 111 Token sein, die man geairdroppt bekommt. Das sind derzeit so um die 100 Dollar in etwa. Also auf jeden Fall ein nettes Ding, was man mitnehmen kann. Wenn ihr da Hilfe braucht, dann könnt ihr auf jeden Fall gerne mein letztes Video schauen. Dort habe ich nochmal ein paar Sachen erklärt zu dem Wallet, welches Wallet ihr braucht und wo ihr das dann hinschicken müsst. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt zu dem gesamten Prozess, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Aber ich versuche euch da, so gut es geht, zu helfen. Kommen wir zu einer großartigen Ankündigung von David Yu gestern. Und zwar wird es nämlich eine neue Lizenz auf der Wibi App demnächst wohl geben. Und zwar wird das keine geringere sein als Vis Media. Und ihr werdet jetzt wahrscheinlich sagen, ja cool, was ist Vis Media? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Vis Media ist ein führender nordamerikanischer Herausgeber, zum Beispiel von Manga und Animes. Darunter zählen zum Beispiel Naruto, One Piece, Bleach, Dragon Ball, My Hero Academy und noch ein paar mehr. Ich denke, die wichtigsten habt ihr jetzt gerade gehört. Naruto, One Piece, Dragon Ball sind einfach absolute Giganten in dieser Szene und haben natürlich auch eine wahnsinnig große Fanbase über die gesamte Welt verteilt. Und Vivi wird mit denen jetzt kooperieren. Und ich würde sagen, wir schauen uns einmal ganz kurz hier das Statement von David dazu an. Also ihr habt es gerade gehört, mit einer der größten Anime-Publisher wird halt auf Vivi kommen. Und das wohl relativ bald. Und das Ganze wird hier erstmal mit Ultraman starten. Wir werden dazu außerdem, ich glaube, es gibt den auch schon auf Netflix, einen Film sehen. Und dieser ist jetzt in der Verbindung dazu, wird das Ganze dann erscheinen. Und man kann sich natürlich vorstellen, dass natürlich jetzt nicht nur hier irgendwie Ultraman-Comics kommen werden, sondern natürlich auch weitere Comics von One Piece, wie es Naruto, Dragon Ball und so weiter und so fort. Alles, was das Ganze dort beinhaltet, weil es einfach zu einem Brand gehört. Das ist, würde ich jetzt mal sagen, so ein bisschen wie mit Disney und Marvel. Marvel haben wir auch als erstes gesehen. Und daher super, super spannend, was hier die Entwicklung betrifft. Und ich werde euch natürlich auf dem Laufenden halten, falls es hier irgendwelche spannenden Entwicklungen gibt oder schon die ersten Drop-Ankündigungen. Kommen wir zum nächsten Ubisoft Digital Collectible Drop, und zwar Rabbit Series 2. Das Ganze wird hier am 16. Juni um 17.00 Uhr deutscher Zeit droppen. Und wir werden hier natürlich mit einer Comment starten. Der Listenpreis wird hier bei 18 Dollar sein. Ein Editionzahl von 1882 Stück. Natürlich hier auch keine First Appearance, da wir hier die Rabbids ja schon auf der VB-App haben. Kommen wir zum nächsten. Und das ist eine Uncoming mit einer Editionzahl von 1282 Stück. Und dann haben wir hier noch eine Secret Rare. Und diese wird eine Editionzahl von 111 haben. Finde ich auf jeden Fall auch schon mal ziemlich interessant, dass es so wenig Editions sind hier. Als nächstes haben wir dann hier noch eine Ultra Rare. Und diese wird man craften können. Und das finde ich ein sehr, sehr cooles System. Auch hier wieder, das ist ein neues Crafting-System, was wir jetzt hier auch ausprobieren. Wir haben es, glaube ich, schon bei einem der letzten Drops schon gesehen von Vivi. Aber dennoch ist es hier ein relativ neues System, was sie einfach, glaube ich, ausprobieren. Hier wird es insgesamt 380 Editions haben. Und man wird das Ganze hier craften können, indem man zwei Player, also zwei Commons besitzt, und einen Gamer Rabbit, das heißt eine Uncoming. Und dann mit diesen drei Collectibles kann man hier dieses Collectible craften. Man braucht außerdem 5000 MCP-Punkte für das Craften. Man wird hier keinen Preis bezahlen müssen an Gems, sondern MCP-Punkte. Auch hier wieder ein sehr interessanter Ansatz, dass man nicht Gems, sondern MCP-Punkte fürs Craften nimmt. Ansonsten gilt hier auch wieder First-in-First-surverved. Also das heißt, wer jetzt erstes das im Prinzip kauft, ja, der kommt zuerst. Und der zu spät kommt, hat dann halt Pech. Und was ganz wichtig auch nochmal hier zu betonen ist, alle Collectibles, also die drei Collectibles, die man dann hier einsetzt, die zwei Commons und auch die Ankommen werden bei dem Prozess geburned. Dementsprechend ist das Ganze doch nicht so ganz for free, weil man im Prinzip ja hier dann 18 Dollar insgesamt einsetzen muss. Das heißt, wir reden dann hier auch schon wieder von 54 Gems, die man eigentlich mal so ungefähr verbrennt. Kommen wir zum nächsten Marvel Comic Drop. Und das wird nichts Geringes sein als Deadpool Kills the Marvel Universe. Hashtag 3, wir hatten das auch schon in den letzten Tagen. 1 und auch 2 gesehen. Und jetzt folgt natürlich logischerweise Nummer 3. Am 18. Juni um 17. in deutscher Zeit wird das Ganze hier droppen. Natürlich wie immer auch mit 5 Covern. Und wir werden hier tatsächlich auch, finde ich persönlich, relativ coole Rare sehen. Und insgesamt werden wir dann hier einen Listenpreis von 7 Dollar sehen, eine Editionzahl von 3000 Stück. Und ich würde sagen, wir schauen uns dazu natürlich auch nochmal die Go Collect Daten an. Diese sind tatsächlich nicht allzu vielversprechende. 9.8 hier gerade mal mit 120 Dollar ist einfach nicht wirklich viel. Schauen wir uns auch den aktuellen Omikos an. Und dieser ist in den letzten Stunden um 7,1% gestiegen. Insgesamt sind wir trotzdem weiterhin im Abwärtstrend. Und deswegen schauen wir uns auch mal ganz kurz den Chart an. Wie man hier sieht, wir sind auf jeden Fall weiter abgefallen. Haben jetzt hier sogar kurz die 4-0-Grenze angekratzt. Und jetzt würde sich entscheiden, sehen wir hier gegebenenfalls mal endlich eine Trendwende. Und machen hier mal keine Lower Highs, sondern auch mal wieder Higher Highs. Das wird man jetzt sehen in den nächsten Stunden beziehungsweise in den nächsten 1-2 Wochen. Denke ich mal, können wir hier eine spannende Entwicklung erwarten, wo es hingehen wird. Ob wir noch weiter tiefere Preise sehen werden oder ob es endlich mal hier ein bisschen weiter nach oben geht. Und das waren jetzt auch schon die wichtigsten News, die du da draußen zum Wochenende wissen musst. Ich hoffe, dir hat das ganze Video gefallen. Gib dem ganzen Video sehr gerne ein Like, wenn es dir gefallen hat. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt auf jeden Fall noch einen wunderschönen Morgenmittag oder Abend. Und bis dahin, dein Käpt'n. Ciao, ciao.